SWR 3 Die Tier-Docs Was hat er dann? Mit Dr. Hart Ein Arzt der Leidenschaft Und Dr. Zart Nicht so fest So, was haben wir dann? Oh, es ist ein Drache Und was hat er dann? Er ist traurig Na, machen wir laut Machen wir leise Hätt's schon mal mit Flecht nicht probiert? Nein Seit wann ist er denn so traurig? Hm, seit seiner Geburtstagsparty, vor drei Wochen Was ist passiert? Was war da dann? Er wollte die Kerzen auf seine Geburtstagstorte ausblasen Und hat dabei den Vorhang in Brand gesteckt Das war's bestimmt Deshalb ist er so traurig Weil er die Kerzen nicht auspusten konnte Ich hab' Idee Machen Sie dem Trauer Tabaluka doch mal ein paar Flechtknepp auf den Kuchen Dann kann er die auspusten und dabei anbraten Und dann schmeckt's auch gleich noch besser Ah, also wie so eine Art Flammkuchen Genau Der Flammkuchen galt ja früher als sogenanntes Arme-Leute-Essen Arme-Leute, gutes Stichwort Wieso? Da ist unsere Rechnung Bald wieder Was hat er dran? Hahaha Kauw! Kauw! Wieso?